hallo und willkommen zu einer neuen folge von fortnight ja die sache ist warum so lange keine videoson kam ich war in wien über drei tage kann man sagen doch jetzt bin ich wieder zurück und es geht weiter mit einem video leute heute leider solo weil es ist zwar zehn uhr morgens aber auch doch ich bin hier ach ich bin creative keine lust gerade darum dachte ich mir ich mache jetzt einfach das video und dann passt das auch schon man sieht so ein bisschen so und was wollte ich sagen genau entweder heute oder morgen werde ich mir wieder wie bachs aufladen und dann werde ich mir wahrscheinlich den meha modi modi holen weil das kind sieht nice aus okay aber ich muss gucken dass ich 950 wie bachs übrig habe damit damit ich online damit ich den nächsten bett was kommt dann genau jetzt habe ich es so also und egal wie schlecht oder gut der nächste bett was sein wird ich werde ihn holen außer wenn naruto kommt okay falls die leute jetzt die ganze zeit fragen was ist mit dir los magst du nicht naruto leute ich habe noch nie okay vielleicht für diese anime kiddies und so schäme und ich habe noch nie an mir geguckt und ich bin die serie nicht mal nice ich habe schon ein bisschen was gesehen falls ihr wirklich im anime hype sein wollt geht zu eddie geht einfach zu eddie mehr sage ich nicht ich habe diese serie wirklich nie verfolgt ich feier sie und nicht also absolut gar nicht nicht mal naruto also wie gesagt wendet euch an keine ahnung marcel und hier ist in einem mögen kein mögen kein anime obwohl eigentlich so ein bisschen edis mag gar nicht anime also edis und ich sind von einer sorte kann man so sagen egal kommen wir landen bei corny komplex weil das ist unsere absolute lieblingsstadt dann lande ich irgendwie ja doch der landes gefühlt immer ja und was passiert ich weiß nicht ob das schon im letzten video war korrelcast wird genauso zerstört wie slurpy ist ein bisschen zerstört worden ok kommt machen wir einfach legen einfach los also ich bezweifle dass das jetzt jemand landet in corny natürlich landet jemand ja ok aber nicht also ok die wollen glaube ich beim obstgarten landen ja dann bin ich hier der einzige denke ich hoffe ich sehe ich hier aber noch einen irgendwo auf einem radar nicht auf dem hacker radar haha muss doch eine kiste geben wenigstens eine waffe aha ok gut das wird geschossen ok ok da gehe ich lieber nicht roh alter was geht mich hier jetzt ab also wie gesagt ich habe nur die gleichen einstellungen ich kann so schwierig wenn ich so beim baum bin zu dem waffen weg die muss ich auf jeden fall noch ändern weil das ist nicht so das sind jetzt nicht so meine einstellungen enzer hat mir die gegeben ich will hier nicht hingehen ich werde eigentlich nur den gegner töten also ja da haben sie schon gesehen dass ich da bin ich habe denen übrigens gar nichts geschrieben weil ich nicht wusste ja jetzt hör doch mal auf zu werfen sie wenn sie mich einmal sehen hier ich will ja es lohnt wissen wir können wir verarschen die trifft einmal ich habe 43 hp ja schade sagt das und du kriegst mich aber heute nicht und so wie bei den anderen malen wo ich gestorben bin wenn ihr wir sind mich verarschen slohn dort ist slohn leute jetzt einfach mal geraten und ja mehr mache ich nicht weil ich mag ich benutze die granaten nie oh geil ich hab' einen stein zerstört weiß nicht mehr ob sie ich glaube die granaten haben sie nicht mehr getroffen alter so richtig genug blut alles grau alles grau oh geil minis ups wollte ich nicht stören ja einfach den vornen gibt es einfach zu wenig zu wenig womit man eigentlich reden kann ort der geist ist so schwierig ich weiß jetzt nicht ob ich die tag lieber mag oder die pamp ich glaube die tag mal ein bisschen lieber weil es gab auch so zeiten wo ich die pamp lieber verwendet habe aber jetzt mache ich die tag ein bisschen lieber muss ich sagen allerdings kann man mit der pamp besser das hier machen als mit der tag ich wollte nur die waffe bro man ist okay wie bitter ist das nicht mit einer p damit 50 habe hat der mich einer ein an einer anderen stelle getroffen ich glaube die meisten von euch kennen die die nicht also wer mir auf instagram folgt kennt ihr die weil wir haben mit dem letztens sehr viele mongas folgen aufgenommen ob gott scheiße einfach scheiße okay kann ich kann ich gerne benutzen merken zu leben aber ich weiß nicht ob mir das viel was bringt gerade ein bisschen kämpfen muss sein tut mir leid aber gegen ufos halt er hat das ufo gelandet dann schlag ich ein und auf wiedersehen bro alter was muss ich denke wenn er da zurückkommt ich bin aber kein ufo spiele muss ich ganz ehrlich sagen okay ich habe eine aufgabe hier dann mache ich es gerne auf jeden fall was muss sich der typ denken wenn er zu seinem ufo zurückkommt und das wurde einfach geklaut würde sehr gerne sein gesicht sehen okay hier kann man sehr sehr viele gegner sehen aus dem ufo ich würde wie gesagt kein ufo spieler ich mag es nicht mit ufos zu spielen aber fürs video mache ich es mal ausnahmsweise man hat auch gesagt es kommen roboter zurück also dann ist vorteil wieder genauso kacke wie season 10 also ich glaube die die nächste season sollte alles eigentlich ich glaube die nächste sie sollte wirklich weil da sollte naruto kommen roboter wie lange nehme ich auf acht minuten ok ja dann kommt ein kleiner karte und wir sehen es wird wenn wir wieder bei einem gegner sind ich habe einfach eine idee ich schmeiße das auto auf dem gegner sondern dann ist es der gegner sicher so ok leute ich habe ein gegner gefunden wortiger hat mich ordentlich abgeschossen ok es ist ein bord ehrlich das würde es ja ein bord war hat er mich aus dem ufo super abgeschossen muss man sagen er hat mir in meinem ufo sehr sehr viel schaden hinzugefügt weil es eine bessere stufe hat nämlich einfach mal das ohne er kommt das kann ich auch mal mitnehmen ist wahrscheinlich nicht verkehrt ja leute wir sehen es dann dann später wieder jetzt ohne wozu wird hinten gehen die exklusion ich wurde übrigens was von den alien getroffen das wäre nicht so kann ich habe ihn gut getroffen also ok was geht alter was dort mit mufo passiert oh muss wie doch mal einfach von hinten ein hinterhalt ich bin so schlecht ich habe ich habe es nicht mal so viele menschen sie sagen dafür dass ich so viel gefahren habe jetzt weiß ich von woher kommst wo ist er also ist ein fisch okay der typ ist ich weiß jetzt nicht ob er so gut ist er wird wahrscheinlich pushen ich habe halt auch keine minis mehr ist so dumm er geht nicht pushen warum was macht er denn da okay er kommt doch pushen nee das ist eine slow tu das tu das bauen weg hier das meine ich halt das nervt alter julia julia ich wurde von dem mädchen hops genommen ja okay dies ist nicht mehr so gut aber ich war aber wunderbar schlecht gespielt ja war perfekt leute was soll ich sagen gutes video ein kill gemacht in einem bot ja leute das war es bis dann ciao